Hallo ihr Lieben, mein Name ist Matthias Walkeweyer. Ich wollte euch sagen, vielen Dank nochmal, dass ihr euch sozial nicht beworben habt hier bei unserem Komparsenaufruf, den wir jetzt ab heute stoppen, weil es sind viele, viele Bewerbungen eingegangen. Wir suchen jetzt die Leute aus und wir werden uns bei euch melden. Es wird dann die Woche Bescheid gegeben. Ich danke euch, dass ihr euch, wie gesagt, die Mühe gemacht habt und euch beworben habt. Merci. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Jetzt wird mir auch noch gerade gesagt, dass ich sagen soll, wir sehen uns dann nächste Woche. Ist das nächste Woche? Ja. Oh mein Gott, sieh da, bei mir ist es denn einfach, gell? Und du schuldest mir 40.000 Euro. Ich schulde dir 40.000 Euro. Ich schulde dir 40.000 Euro. Das ist so einfach, gell?